ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal heute schauen wir uns dieses kleine paketchen an und zwar geht es hier um ein smartphone von der firma motorola und es nennt sich moto g 31 dabei handelt es sich um ein eher ein einsteiger gerät was aber auch schon ein paar sachen verbaut hat dass man dazu mittelklasse zählen kann genau also die moto g sind iphone preis leistungstechnischen her immer sehr gut gewesen bisher und ich denke mal dass es jetzt hier auch nicht anders sein wird aber wir schauen uns das gerät jetzt einfach mal gemeinsam an es ist ein 6,4 zoll oled display verbaut und hat eine 50 megapixel hauptkamera und sind 5000 milliampere lithium-ionen akkus sind verbaut hier drin genau es ist noch versiegelt also ich habe es noch gar nicht geöffnet das wollen wir jetzt einfach mal zusammen machen und dann schauen uns das gerät an es kam über amazon und da war dann so ein bundle mit so einem auto ladegerät dabei und da stand dann dabei exklusiv bei amazon also wird es das da wahrscheinlich nur geben dieses bundle mit diesem ladegerät aber das zeige ich euch jetzt nicht weil das ist so ein ganz einfaches gewesen genau so jetzt haben wir auch schon die vorderseite vom handy hier sichtbar da ist noch eine folie aufgeklebt 50 megapixel kamera da steht dasselbe drauf wie auf der verpackung genau wir sehen auch schon das ist hier gleich in einer schutzhülle in einer transparenten schutzhülle mit drin verpackt also ist es gleich mal geschützt da braucht ihr nichts extra dazu kaufen es ist gleich so geschützt das finde ich natürlich sehr gut weil oftmals also bei uns ist es eigentlich so wir haben alle schutzhüllen um unsere geräte rum damit sie halt länger halten und hin und wieder fällt mal ein gerät runter und damit hat auch nicht gleich beschädigt ist und von daher muss man sich jetzt um nichts kümmern hat gleich eine grundausrüstung mit dabei und kann gleich loslegen ihr seht schon sind hier drei kameras verbaut eine hauptkamera mit 50 megapixel dann haben wir hier eine weitwinkelkamera mit 8 megapixel und eine makro kamera mit 2 megapixel und hier natürlich das blitzlicht das ist natürlich klar dass das verbaut ist hier oben sehen wir auch schon 3,5 klinken anschluss der ist natürlich auch noch mit dabei hier das mikrofon seitlich haben wir einen fingerabdruck sensor mit einem ausschalter gleichzeitig und hier haben wir laut und leise wippe und hier oben ist dann der google assistant button das gerät hat also extra ein button für google finde ich auch ganz gut insgesamt ist das gerät sowieso also sehr auf stock android ausgelegt da ist also nicht mehr viel von motorola dazugekommen sondern einfach das reine android 11 wurde hier aufgespielt und dann noch 23 apps und noch ein paar kleinere funktionen aber im grund genommen ist es eigentlich das reine android was da drauf ist und das macht dieses motto auch so besonders finde ich weil da nicht so viel schnickschnack dabei ist da kennt sich jeder eigentlich aus der das gerät in die hand nimmt hier unten haben wir dann auch noch ein mikrofon verbaut dann haben wir hier den usb type c anschluss und hier einen mono lautsprecher genau ich nehme jetzt einfach mal aus der hülle hier raus damit ihr auch die farbe sehen könnt das ist dieses mineral grey nennt sich das gibt es mehrere farben ist eine kunststoffoberfläche die leicht angeraut ist ich hoffe man kann es erkennen und bisher gut gegen fingerabdrücke ihr seht da ist nicht gleich alles hochglanz und man zieht jeden abdruck sondern das ist eigentlich ganz gut es ist auch sehr leicht muss ich sagen vom gewicht sind wir hier bei 181 gramm da ist natürlich die hülle jetzt nicht dabei vom gewicht ich nehme jetzt mal die folie hier ab damit ihr dann auch gleich so dass display genauer kennen könnt die 6,4 zoll oled wir haben pixel 2400 x 1080 und das sind dann 409 pixel per inch von der auflösung her also völlig ausreichend 60 hz bildwiederholfrequenz ist natürlich jetzt nicht das beste handy also hier haben wir mediatek prozessor verbaut und aber es reicht vollkommen aus um im normalen alltag damit klar zu kommen hier oben die notch ich mache es jetzt einfach mal an starten wir einfach mal das handy zusammen dann seht ihr auch jedes das erste mal startet hier motorola logo power by android früher gab es dann immer noch so eine melodie weiß nicht ob das immer noch so beibehalten ist ändert sich ja hin und wieder mal so kleine animation genau das meinte ich mit melodie so hier kann wir jetzt auswählen die sprache da sind wir vorab eingestellt auf englisch wir machen hier deutsch und die region auf deutsch und machen hier auf starten also ich habe jetzt lege jetzt keine sim karte ein das überspringen wir jetzt ganz einfach hier sieht man dann auch man kann hier eine sim karte einlegen und noch zusätzlich eine micro sd karte also ihr könnt den speicher erweitern standardmäßig sind wir hier bei 64 gigabyte arbeitsspeicher 64 gigabyte speicher und 4 gigabyte arbeitsspeicher und ihr könnt aber mit sd karte erweitern das ganze so hier haben wir dann die wlan das überspringen wir jetzt auch einfach mal fortfahren und das kann man wählen oder auch nicht abwählen so das machen wir jetzt einfach mal weiter wir wollen jetzt einfach mal auf die oberfläche kommen das kann ich da lassen das nicht aber das kann jeder auswählen wie er will das soll das nicht bitteschön durchlesen und dann ist gut das überspringen auch mal mit pin und so weiter das mache ich alles später später so aber später 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 und dann kommen wir zu den ersten schritten da ist dann noch mal ein bisschen erklärt wie man so wischt und so weiter und so fort und dann sollte eigentlich alles gut sein denkt man ja genau jetzt aber schon auf der benutzeroberfläche hier gelandet ihr seht von oben nach unten wischen dann kommen wir so zu den ersten einstellungen zu den schnell zugriffen das kann man wieder nach oben und so sieht dann die oberfläche aus das ist also pures android kann man sagen android 11 und dann habt ihr euren playstore und könnt den euren apps daneben runterladen und so auf den ersten blick läuft es ganz flüssig aber wie gesagt er wird es noch im hintergrund einige sachen versuchen zu laden was nicht geht weil er kein internet hat oder einzurichten aber auch so vom display von der helligkeit ist natürlich jetzt hier auf helligkeit da müssen wir jetzt auch mal schauen ja also fast oben ich kann es ja mal ganz hoch stellen das ist jetzt volle helligkeit aber da regelt wahrscheinlich die kamera jetzt runter und das ist so mittlere und so war es ungefähr genau haben wir eine taschenlampe und so weiter und so fort ihr habt hier natürlich auch nfc mit verbaut also ihr könnt hier auch kontaktlos bezahlen wenn ihr die nötigen apps und so weiter habt da könnt ihr an die kasse gehen und das handy da drauf legen und dann wird die sache bezahlt bluetooth 5.0 für eine schnelle verbindung und eine stabile also für bluetooth kopfhörer und so weiter das ist alles mit an bord von den abmessungen sind wir hier bei 161,9 in der länge von der breite sind wir 73,9 und es ist wirklich sehr dünn ich weiß nicht ob man so gut erkennen kann also 8,6 mm und die kamera die steht minimal hervor wie kann das jetzt am besten zeigen ich glaube so in dem winkel kann man es gar ganz gut erkennen also minimal steht die nur hervor das ist fast nicht spürbar mit dem mit der hülle dann sowieso dann nicht mehr was haben wir denn sonst noch was wichtig wäre ja die frontkamera haben wir hier eine 13 megapixel kamera seht ihr die kleine notch die fällt auch gar nicht so auf da gibt es ja manche die haben so eine richtige große notch also da braucht ihr euch auch keine gedanken machen und hier ist dann auch dieser fingerabdrucksensor gleich mit verbaut so dass ihr wenn ihr das gerät so anfasst das dann auch gleich entspannt wird muss natürlich erst eingerichtet werden genau ansonsten haben wir hier 4g vom mobilfunkstandard kein 5g also wenn ihr ein 5g netz wollt oder habt und ihr wollt es benutzen dann ist das handy natürlich dann nicht richtig da hört es bei 4g auf reicht uns aber vollkommen von daher braucht man das auch nicht das sind so die technischen daten eigentlich gewesen ich finde ein ganz gutes einsteiger gerät hier lässt sich dann der sim kartenschacht raus drücken und dann die sim karte einlegen wir schauen noch was noch mit dabei ist normalerweise nicht so arg viel vom motor da gab es früher dann auch mal versionen wo nicht mal ein ladegerät dabei war das fand ich dann immer ganz schade ja hier also der sim karten 3 entriegler das steckt ihr dann da rein da kommt er raus dann hier eine kleine anleitung und eine garantie geschichte so dann haben wir hier ein netzteil das ist auch relativ klein und ich glaube das hat auch nur steht jetzt gar nicht drauf das kann man so weg ziehen steht ja doch 10 watt hat also ein kleines netzteil und natürlich dementsprechend lange dauern die 5000 milliampere aufzuladen da sehe ich schon dass das ein bisschen länger geht aber wenn er dann mal aufgeladen ist kommt ihr bestimmt damit über einen tag also von daher habt ihr dann auch nicht so das problem wenn man das übernacht lädt finde ich das immer gar nicht so schlimm wenn die ladegeräte nicht so schnell laden ich bin mir auch gar nicht so sicher wenn so ein ladegerät schnell lädt ob das nicht auch auf die akku auf den akku geht dass der dann früher kaputt geht das weiß ich nicht da bin ich nicht so der techniker so hier haben wir das ladekabel dazu und normale standard länge würde ich sagen ist vielleicht ein meter oder so und hier eben den usb c anschluss ist er jetzt standard genau das war es mit dem zubehör mehr ist da gar nicht dabei wir brauchen auch gar nicht alles mit dabei kopfhörer sind keine dabei aber da habt ihr bestimmt eigene bluetooth kopfhörer kommen immer ganz gut finde ich bei so einem handy dann hat man nicht überall das kabel und ansonsten finde ich echt ein tolles gerät einsteiger gerät 200 euro kostet es aktuell gibt es wahrscheinlich ein paar monate noch günstiger und ich packe euch den link unten in die video beschreibung lasst mir doch einen daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat und abonniert meinen kanal dann verpasst ihr keine weiteren videos von mir vielen dank fürs zuschauen tschüss